Willkommen zu einem nächsten Part, Let's Play Portal 2, den Co-op mit mir, Sandy438 und... Dem Flo. Und sie versperrt mir den Weg. Zu dick! Achso, sie ist schon weg. Wieder Teleport! Okay, und... Wie kann man sich irgendwie rausbuggen? Nein. Das hat mir mal gescheit. Irgendwie ist bald, wenn ich so rückblickend nachdenke, dann habe ich, und mit dem ich das gespielt habe, das Spiel ziemlich gebugt, ehrlich gesagt. Den Co-op. Weil einmal, da konnten wir rumlaufen, aber wir wurden schon auseinandergenommen. Das war irgendwie total seltsam. Also, am Ende gingen wir beide rein und dann wieder raus, und dann kann man auf einmal die... Sequenz mit dem auseinandernehmen. Naja. Turi gibt es einen Erfolg, den verstehe ich nicht. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Ja. Das heißt, das ist so ein Erfolg, der heißt, verspottet Gladys an allen fünf Co-op-Abschnitten. Meint die jetzt die fünf Kammern in zum Beispiel Flutlichtoberfläche? Oder meinen, oder gibt es fünf Kammern überhaupt mit fünf verschiedenen Überschriften? Also nein, sie meint, das ist pro Abschnitt, aber verspotten. Pro Abschnitt einmal, oder wie? Hä? Ja, also pro Schnee, also wahrscheinlich auch, kannst du auch mehrmal, aber... Ja. Also, das können wir sonst mal am Schluss machen, wenn wir sowieso beide... Also, wenn wir alles gemacht haben, können wir das mal noch nachholen. Okay, danke! Ja. Ich weiss nicht, vielleicht habe ich das auch schon. Und jetzt gehst du mal voraus. Hä? Achso, okay. Haha. Rache! Also, mit denen hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet, das muss ich ganz ehrlich sagen. Warte, wieso bin ich hier? Du musst da hin. Lalalala, mach Platz. Ah, mein Gott, ich... Nicht unterstoßen, wenn ich sterbe, dann sind meine Portale auch weg. Achja, da sind wir beide tot, das ist auch irgendwie blöd. Ja. Wie bin ich jetzt der Werder? So? Ja. Ja. Was muss ich? Da. Du hast drei Sekunden, um zurückzukommen. Eins, zwei, drei... Okay. So. Passt du langsam. Um nur fassen. Oder beinahe. Ich kann auch wieder anfangen, Schweizerdeutsch zu reden. Ähm... Aber das wird ja niemand verstehen. Du kannst es gerne machen. Nein! Und so, äh... Ich könnte auch versuchen, Österreichisch zu sprechen, aber das kann ich nicht wirklich gut. Erst wenn ich tot bin. Oh Gott! Was machst du da? Was ist denn... Was ist los? Ja komm jetzt zurück! Oder ist es falsch platziert? Okay, du willst es so machen, verstehe. Ja, wieso? Wo soll ich sonst platzieren? Dort? Geh einfach zurück. Ja, wir machen es so. Das wird durchgehen. Ich will nicht sterben. Nein! 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 Oh mein Gott! Was ist los? Ja, Michael... Es hat gelegt und es sah aus, als würde ich ins Wasser fallen. Oh! Meine Güte! Mit dir macht man sich was mit! Ja, ich weiss. Warte mal, wir haben ja überhaupt keinen Würfel oder eine Taste oder sonst noch irgendwas. Was ist da oben? Nix... Wozu willst du eine Würfeltaste oder sonst irgendwas? Ja, die Tür ist ja noch nicht offen. Sehr gut gemacht. Ihr habt nur... Ein... Mal in diesem Test versagt. Nicht, dass das wichtig wäre. Also Glückwunsch zur Bewältigung der Aufgabe. Ich habe gedacht, man braucht nur einen Würfel und eine Taste, um das zu schaffen. Nein, du siehst ja hier oben... Siehst du das da? Mhm. Oben da ist da... Also das bin ich und das bist du. Wenn wir beide vor dieser Tür stehen, dann... Willst du jetzt Gläders verstopfen? Ja, willst du Gläders verstopfen? Verstopfen? Ja, ich wollte verspotten sagen, aber es kann verstopfen raus. Also... Ja, lachen wir mal. Ha... 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 Okay, weil ich muss das irgendwie... Irgendwie muss ich das schaffen. Ja, was denn? Für die Errungenschaft. Ja, aber wir werden ja heute nicht noch das ganze Spiel spielen und dann... Ich weiß. Okay, gut. Ja, aber... Aber ja, eben, ich hab dir ja schon gesagt, nächstes... Ach, warte, das kann ich dann nachher sagen, weil jetzt machen wir wahrscheinlich sowieso wieder eine Aufnahmepause. Also, die nächste Folge oder nicht. Warte, nein, bevor ich das noch machen muss, noch. Yay, kein Klatsch. So. Okay. Das war... Let's Play Paddle 2. Den Korb mit mir, Sandy 4338 und... Der Mr. Baby Mario 64. Mir ist gerade etwas eingefallen. Wenn man sich drückt, kann man ja gar nicht springen. Doch, man kann. Okay, es lag einfach bei mir zu sehr. Okay, Ende. Aus. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.